Weihnachtsstimmung im Kiekerhaus in Neurung. Schon traditionell bietet das beliebte Einrichtungshaus eine Vielzahl an Besonderheiten rund ums Thema Weihnachten. Weihnachtliche Dekorationsartikel aller Art und so manches Gusto-Stückerl verschönern die Zeit bis zu den Weihnachtsfeiertagen. Eine Vielzahl an Produkten, auf die sich auch der Hausherr jedes Jahr freut. Wir haben auch heuer wieder einen riesigen Weihnachtsmarkt aufgebaut. Das heißt, wir haben rund 800 Quadratmeter verwendet, Trends, Highlights für diese stille Zeit und besondere Zeit für unsere Kunden vorzubereiten. Wir haben auch letztes Jahr gemerkt, wie wichtig es ist, wie es positiv angenommen wird. Das haben wir weitergeführt und haben uns heuer nochmal verschiedene Sachen einfallen lassen in der Inspiration und zusätzlich an der Sortimentierung, sodass man wirklich ein hundertprozentig abgerundetes und schönes Weihnachtsfest mit Kieker feiern darf. Aber nicht nur weihnachtliche Stimmung gibt es bei Kieker zu finden. So mancher Wunsch nach Verschönerung der eigenen vier Wände wird zu Weihnachten erfüllt. Und dabei bietet das Einrichtungshaus neben einer großen Auswahl an Qualitätsprodukten auch das passende Service. Ja, was viele nicht wissen, dass Kieker einen Voll-Service bietet, beispielsweise im Badezimmerbereich, im Sanierungsbereich, also alles aus einer Hand. Das heißt, wir organisieren bzw. haben Partnerfirmen, mit denen wir zusammenarbeiten, professionell zusammenarbeiten, bei einem Badezimmer eine komplette Sanierung durchzuführen, Verlegung der elektrischen Leitungen oder auch Wasseranschlüsse, Fliesenlegarbeiten, Tapeziearbeiten, Malerarbeiten, alles aus einer Hand. Und so ist es einfach auch fein für einen Endverbraucher, dass er wirklich sich zurücklehnen kann, entspannen kann und wir die Termingestaltung bzw. Verwaltung übernehmen bis zur Komplettierung des gesamten Badezimmers oder auch anderen Räumen. Die umfassende Beratung und Betreuung der Kunden ist im Hause Kieker eine Selbstverständlichkeit und passt auch zur großen Auswahl an Markenprodukten. Ja, ich glaube auch, Kieker in Verbindung mit Marken, das ist wichtig und wir sind in Tirol einfach der größte Anbieter und es ist uns schon wichtig, dass wir in voller Kompetenz in allen Bereichen, ob heute im Youngstyle, also im jungen Ersteinrichtersegment oder auch im hochwertigsten Bereich, wir bieten für den Endverbraucher alle Sortimente und das ist auch entscheidend und wichtig für Kieker. Ein vorweihnachtlicher Besuch bei Kieker sorgt daher nicht nur für das passende Ambiente, sondern auch für Vorfreude aufs Wohlfühlen und Genießen. Kieker Kieker Kieker